15 Jahre täglich Yoga-Praxis, sowas habe ich noch nie erlebt. So ein schönes Gefühl. Und du kannst innerlich ganz zentriert bleiben, ganz fokussiert bleiben, ganz da sein, ganz klar sein, innerlich, ganz bei dir sein, dich vollkommen wohl und sicher fühlen, während jetzt hier diese Vibration abgeht und du immer mehr, immer mehr und mehr, genau. Ja, und das immer mehr rausbringst jetzt, genau, sehr gut. Immer weiter und weiter, immer weiter, genau. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja.